Wie haben Sie diese Tragödie erlebt? Also ich kenne natürlich den Betrieb. Es ist einfach tragisch. Ich meine, so etwas darf nicht passieren. Da müssen wir nicht diskutieren. Es darf jetzt nicht passieren. Es ist gleich, wie es passiert ist. Es darf nicht passieren. Aber kann da der Betrieb was dafür? Ich sage nicht. Das ist schwierig für mich. Aber ich sage nicht. Das sind die Einzelpersonen, die so Ziele machen. Ich bin tief betroffen von dem, was passiert ist. Wir sind wirklich alle schockiert. Es sind schon viele Kunden gekommen, die geredet haben. Aber auch viele, die keinen Schock hatten. Und eigentlich gar nicht viel dazu gesagt haben. Weil man noch gar nicht weiss, wer alles beteiligt ist. Mit so einem schönen Tag gefällt. Ach finde ich immer sicher.